Die Komazzo Earth-Kollektion ist ausschließlich aus Fairtrade-Baumwolle. Fairtrade heißt sozial und umweltverträglich angebaut. Eine sehr feine Kollektion, feine Garne. Ich habe drei Schlafanzüge von Komazzo Earth, muss ich gestehen. Wir haben den in dieser hellen Farbe jetzt zum Beispiel. Es ist nicht mehr so eine Müsli-Unterwäsche, die es nur in so komischen Grau-Bestögen gibt. Einfach, schlicht, aber wirklich wunderschön von der Passform und natürlich vor allem von dem Material. Toll von den Farben, es gibt tolle Modefarben immer wieder. Bei Komazzo Earth haben Sie auf dem Artikel, auf dem Hangtag, haben Sie einen Faircode. Mit diesem Faircode können Sie über das Internet, indem Sie den Faircode eingeben, die gesamte Produktionskette nachverfolgen, dass man sieht, wie wurde dieses Teil produziert, woher kommt es, wo kommt die Baumwolle her, wo wurden die einzelnen Produktionsschritte gemacht. Es geht eben nicht nur darum, möglichst billig, irgendwelche Wäsche zu tragen, sondern auch noch ein bisschen weiterzuschauen. Und so ist es wichtig, dass der Anbau nachhaltig funktioniert. Und es ist auch wichtig, dass die Baumwollbauern, die das vor Ort machen, ein faires Auskommen erzielen. Die Bauern bekommen einen anständigen Preis für ihre Ware. Die Arbeiter werden anständig bezahlt. Und was noch ganz arg wichtig ist bei den Fairtrade-Produkten, wir achten auf unsere Erde. Wäsche trägt man den ganzen Tag oder auch die ganze Nacht. Das ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Aspekt, eine unbehandelte Baumwolle sozusagen zu tragen. Gottz bedeutet, es sind ausgewählte Farbstoffe, ausgewählte Textilchemikalien. Die Gottz-Zertifizierung ist ein sehr strenger Katalog, der da erfüllt werden muss. Was die Hautverträglichkeit anbelangt, was die Ökologie anbelangt. Das sagt mir besonders zu. Und sie trägt sich natürlich super. Ich habe mich von Komatsu Earth entschieden. Normalerweise bin ich kein Nachtwäscheträger. Aber dieses Teil ist echt geil. Insbesondere der Schnitt der Hose, die leicht über das Knie geht. Ökologie